Jetzt machen wir den Abstocher. Jetzt machen wir das Sandeteil neu. Das werden wir dann überhaupt neu kommen. Ein Stein unter uns. Das ist eine kleine Bucht. Jetzt können wir uns dabei fahren. Wir sehen irgendwelche Tiere oder sowas. Man muss sehen manchmal. Das sieht man in solchen kleinen Armen. Tiere wie der Biber oder Ludria, Eisvögel oder was auch immer. Ja? Ja. Manche hübsch waren, Mensch. Das sieht nicht so aus, wie wenn es weitergehen würde. Ja. 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 Abgestürzt. Abgelagte Beule. 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 Das ist zu flach, das ist zu flach. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist zu flach. 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 Das ist zu flach.